Wenn etwas bricht, dann eine Kniescheibe. Okay, alles klar. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd mit dem... Oh, what the fuck! Ey, lauf erst mal... Guck mal, diese Brücke, ne? Die sieht richtig gut aus. Nein, nein, Eric, trust me! Junge, das ist sehr wichtig. Lauf dahin! Du hattest sogar im Screen, was da Gutes ist. Ich frag nur, wer ist. Illusion 100, Junge. Ich war ein nervöser Fan, weil dein Auto klappt. Verstanden, GG. Hast du dir Bomben gegab... Die sind nicht so stark wie die Ebene. Ist okay. Nein, nein! Scheiße! Ich will sie anlegen! Nicht benutzen! Ja, hättest du den Dingens getroffen, der hätte dir den Arsch aufgerissen. Ich wusste es, ich wusste es! Schmeiße, schmeiße, schmeiße! Profite! Ey, jawoll! Ich weiß, wie wir da hinkommen! Idee! Ich bin mir auch super sicher, dass du von der anderen Seite da hinkommst. Geschafft! Versuch mal zurück zu springen. Versuch mal zurück zu springen. Ja, das versuchen wir jetzt auch. Das Safe ist klapp jetzt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das wird's... Nee, Alter! Nee, Alter! Nee, Alter! Was ist passiert? Das... Hier! Aber ich hab mich da hinten nicht hingesetzt! Ja, dann zählt an. Äh, anzünden doch nicht. Sprint einfach durch. Ach, Mann! Aber ich will Seelen haben! Oh mein! Das kann doch nicht wahr sein, Alter! Egal, ich werd hier nochmal verrecken, Mann, ne? Aua! Ich hab gedrückt die ganze Zeit, aber er hat nicht reagiert. Okay, durchrennen ist keine Option. Versuch's mit verhandeln. Oh mein Gott! Wenn ich jetzt wieder sterbe, Alter! Okay. Nicht anvisieren! Nicht anvisieren! Aaaaah! Oh, nee, Alter! Oh, lol! Der wollte ich grad heilen! Was? Ein Wichser! Kannst du das nicht cutten? Apropos cutten. Wir müssen mal Jens fragen, ob er das hier zusammenschneiden möchte. Ja. Es sind schon ein paar lustige Sachen passiert. Aha! Ach, f***t euch doch! Immer nach vorne gucken, mein Freund. Echt mich, er Marsch, Alter! Oh, nee, oder? Oh, jetzt hast du Musik! Why do I? Your Boss Music! Wir müssen mal kurz taktisch klug da ran gehen. Oh, 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 oh! Wir müssen das mal taktisch klug machen. Okay, der sieht schon cool aus. Oh, nee! Ich wusste... Gönn dir! Ich bin ausgewichen. Er ist tatsächlich nicht so smart in Schlagrichtung. Immer entgegengesetzt einer Schlagrichtung. Dann passiert das. Und dann dodgesst du in die Hitbox. Wow, ey, was machen? Okay. Versuch's mal. Versuch dir mal ohne die Bomben zu. Och nein, jetzt sind sie alle wieder da. Versuch's nochmal durchrennen. Ich bin, ey, ich hab Ausgewicht. Ich hab gedrückt. Nur weil er so einen schnellen Angriff zweimal hintereinander hatte. Man konnte sich nicht ausweichen. So, nochmal auf ein neues. Ich hoffe, ich triggere nur einen. Nein. Natürlich nicht. Er kommt da hoch. Danke, Matilda. Weil dein Schild bringt ja nichts. Ich bin, ey, ich hab, ich hab gedrückt. Trotz keine Ausdauer. Ja. Machst du viele Hits auch. Machst du viele Hits auch. Ah, Mann. Ah, jetzt kommen beide. Von wo? Das ist vielleicht einer der Feuerschmeißer. Kann auch nicht wahr sein, Mann. Alter. Nee, 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 nee. Ja, es ist einer der Feuerschmeißer. Da runter und kick. Bin ich aber ziemlich. Ja, ganz schön. Ganz schön fein, aber... ...mach ein bisschen hartbeschleckig da unten. Ich dachte, ich... Achst du Glück da nicht. Hey, Mann. Ich bin ausgel... Ah, Alter. Das wär alles. Scheiße, Mann. Und nochmal. Das ist mir das mal egal. Boah, ich dachte, da kommt einer was... Ja, dachte ich auch, ne? Alter, dachte ich auch. Nee, Alter. Nee, Alter. Nee, Alter. Boah. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ich verstehe einfach seinen Angriff. Wenn ich ihm zu nahe komme, macht er das da. Wenn ich zu weit weg will, stehe, dann... Ja, 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 ja. Oh, du kleiner Wichser, Mann. Ey, und das war der erste Boss, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, eigentlich der zweite. Jetzt will ich auch... Richtig nice. Ja, die Sache ist, der geht da nicht weg. Nee, oder? Pass auf. Pass auf. Ich habe echt viele Seelen, Mann. Ey, für mich, für meinen Verhältnisse sind das viele Seelen. Ja, Pass auf 1000 Seelen ist viel. Nice. Ohohohhoohohohohohohohohohohohoho. Der ist bestimmt richtig elendig hier, an dem Fall. Wir antrinlan, du antrinlan. Komm, jetzt. Er fällt runter. Weil er gegen die Wand geschlagen ist. der kam hinterher kleiner vor mein ich sterbe das knie das knie jungen er hat eine schwachstelle herausgefunden 10 kein problem pass auf okay ich glaube ich das kann man schaffen okay nevermind ich dachte er braucht ein bisschen bis er das wieder machen ich glaube doch nicht ich dachte der fliegt jetzt einfach weg natürlich was denn auch sonst jetzt kommt er nach hier älter das kam kleiner pisser junger was denkst du eigentlich okay also das sieht echt gefährlich aus und mit meiner vergiftung natürlich schon nicht und sonst so wenn ich das da hinten sehe dann kriegst schon kotzen muss ich sagen nicht gut ok 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 wo sind meine scheißdingens wo sind meine scheißdingens jetzt weicht doch aus ok ok jetzt darf ich mir keinen fehler mehr erlauben hätte ja sein können ok der gedanke war dann nicht schlecht perfekte scheiße das ist jetzt blöd hallo hallo immer diese danke nein das ist vielleicht eine lektion fürs leben wenn ich drei janks am ja das ist so ausgenockt dann sticht ich dann dritten abhängige darf man nicht unterschätzen wenn die unbedingt einen schuss brauchen es ist zwar so geil aber diese diese eine punkt ok dieses 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 minimal dieser minimale punkt dass die gegner halt respawn ist halt so abfackt ne das ist ja deswegen deswegen denke ich mir das lohnt sich doch gar nicht es ist als wenn die entwickler sagen ja du kannst das machen aber sind wir mal ehrlich ich habe das gefühl ich mache meinem ersten und alles irgendwie schlecht so also nicht schlecht irgendwie alles so falsch ich gehe nicht auf stärke und die waffe ist irgendwie kacke aber das war das war alles unfair mann ich weiß schon gar nicht mehr wenn ich das letzte mal einen gegner hier gebackstackt habe ach egal ich weiß was ich sagen geback geback weg mich am arsch ey komm komm doch nach hier alter ich weiß wie mich fucken nicht mal die tode ab sondern das da was der gerade mit mir macht weil er so langsam ist da sind ja noch mehr ach du scheiße ach du verfickte kacke ich dachte gerade eben es wäre noch nur die drei höchst fall oder? Bitte sagt mir, dass er niemand ist. Jetzt aber boah, als ihr das einfach nicht geheilt habt. OH! Alio, alter. Junkie-Familie. Da sie grad beim abendlichen, äh... Nadel, Nadel stechen die Stirn. Einfach, einfach Party geflasen, so gedachten Razzia. Bist ihr vielleicht am richtigen Ort? Keine Ahnung. Ich muss erstmal... Ich muss erstmal die Junkie-Familie ausrotten. Im Auftrag der örtlichen Polizei. Warum nicht, dass sie sein muss ne Familie ausrotten? Das haben wir ne ziemlich radikale Polizei, du. Guck dir mal dieses Spiel an, in diese Welt. Guck mal, da sind's schon die Nächstes. Guck mal, wie er da schon guckt. Ey, du hast meine Familie getötet. Guck mal! Boah, du! Junge, das passiert, wenn Menschen Mef nehmen. Oh, Mef. Not even once. Seid los, vorsichtig. Seid los, vorsichtig. Boah, Digga, du wärst eigentlich jetzt schon achtmal runtergefallen. Kein Risiko. Mach das nicht, sonst kommt die Junkie-Polizei. Oh nee, kommt jetzt wieder... Och nee, kommt jetzt wieder ein Boss. Scheiße. Es kommt ein Boss, wenn Sven sagt, ich weiß es nicht. Noch einer. Guck, da ist die Junkie-Polizei. Die sind schon ein bisschen besser bewaffnet. Die haben sich so viel gespritzt, dass das Fleisch von den Knochen gefallen ist. Das ist die Nachbarschaftswache. Ach du Scheiße, Mann. Guck mal! Da gehört der sich direkt wieder was. Das ist das Elixier, das die aus den Junkies kriegen. Das Elixier. Kommt drauf an, für welchen Weg du dich entscheidest. Alles so. Oh, du hast den Rücken hingehalten. Ich brauche mehr Platz zum Campen. Ich brauche mehr Platz zum Campen. Ich brauche mehr Platz zum Campen. Okay, Kumpel, Kumpel, Kumpel! Auf anzugreifen! Ich will zum Campen-Strappen. Nein, 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 nein. Aber jetzt will er mich wahrscheinlich... Der Todesstoß, Todesstoß. Das ist wie wenn Gangster die Knarre querhalten. Ja manchmal machen die voll den Interview. Ah! Ich bin tot. Ich wurde... Ich wusste es in dem Moment, wo er mich geblockt hat. Wo er mich keine Ausdauer mehr hatte. Genau da wusste ich... Ich, ich, ich... Ich bin tot. Hey, lohnt es sich nicht so dahin zu laufen, das Ding zu holen zurück wieder. Naja, das ist mir jetzt zu blöd. Da verliere ich eben die Seelen. Das ist nicht das letzte Mal. Ne, die liegen da ja noch, wenn du das nächste Mal spielst. Ah, okay. Ich dachte, da werden die auch weg. Aber macht Bock, auf jeden Fall. Das freut mich so, ja. Das macht Spaß. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht das. Wir sehen uns das nächste Mal eventuell, wenn ihr auch wieder dabei seid. Und deswegen bis dahin... Oh, es ist schon eingebrochen. Ist gut, Mann. Man hört sich, ne? Auf Wiedersehen. Ciao.